Ayo, was ist hier, Freunde? Ich hab's stein für euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Okay, let's play Diffus, äh, Diffus PS4 Resident Evil 4... ...auf der PS3, Freunde, ähm, Folge 8... Neugierst du eine Reise, Handsome? Okay... Äh, ja, genau, Folge 8... Was ist denn? Wieso, für was? Das ist, das ist, ach so! Hab dich lieb, Mama! Das sind zwei Döner. Äh, ja, zur nächsten Folge... Ah, die wundervolle Eider... Äh, ja, nächstes Kapitel 5-1... Ja, geil, ähm, nächster zur achten Folge... Von dem wundervollen, ähm, Resident Evil Let's Play... Äh, hätte ich mir davon in den letzten Folge, dass die Scheiße direkt sparen können, Digga... Einfach kurz das hier machen und schon, wenn wir da gewesen, wo wir gewesen wären... Aber wusste ich auch natürlich nicht! Obwohl, ich wusste eigentlich schon, aber egal... Die Saison wird nicht richtig gelesen, wie im Moment verlassen. Jeden Mal ist nicht so, wie es? Ja, das war auch nicht so, wie es geht. Sie sind so, wie es geht, oder? Das war so, wie es geht. Ich hab mich nicht so, wie es geht. Die Säge-Säge-Säge-Säge-Säge-Säge. Und das war ja noch nicht so, wie es geht. Ich hab mich wieder nach. Ich hab mich erst mal ein paar Wundervollen, Ich hab mich in den Zeitraum angemacht. Frauen. Ich liebe es dir, aber Salazar ist tot. Ja, so ist es. Sadler, warum sollst du nicht mit Ashley nach Hause gehen? Vielleicht bist du mit Überzeugung verletzt, nur weil du mein kleines Abgeordnete tönt hast. Sadler, du bist ein kleines Abgeordnete. Oh, ha, 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 ha. Riebe in meinem Kamm der Türen, mein Freund. Gespannt, so. Hier hoch können wir. Erstmal, dass ich sehe, dass Leon klettert, Digga. Auch interessant mal zu sehen. Und so haben wir hier erstmal auf entspannt. Uh, ein paar Smaragde, warte mal. Wenn ich das jetzt hier... Nicht, okay. Toll. Äh, geht nicht. Ich glaube, die Kuhne werden wir bald verkaufen, Digga. Weil ich glaube, ich habe die Juwelen dazu irgendwie übersehen. Ich weiß nicht. Oh Gott, Ashley! Lass sie los, ihr Hundeficker. Oh, ne. Gott, sind die hässlich, Digga. Oh, nein. Ach, du Hundesohn. Was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein. Das ist nicht freundlich. Ach, komm schon, Digga. Warte, was gibt's? Ich hab doch gefühlt 1000 Granaten. Du dreckiger Hundesohn. Was? Ach so, ich wollte schon sagen, Digga. Alter, stirbst du mal? Na endlich, Digga. Was zum Fick. Quatsch. Machst du was? Nein. Na komm. Na ficken. Alter, was? Nein. Nein, 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 nein. Böse. Oh, jawoll. Jawoll. Mein Gott, seid ihr hässliche Wichser. Da. Alter, was die schlucken. Leck mich im Arsch. Ja, jetzt liegen bei 6. Alter. Alter, was die nehmen. Ey. Das gibt's doch nicht, du heiliger Mutterfick. Das gibt's doch nicht, du heiliger Mutterfick. Mann, Digga. Kannst du nicht schneller runter, drauf gehen, Digga. Jawoll. Der lebt immer noch. Mein Gott. Ich geh hier auf Hundeficker, Digga. Ich geh doch nicht auf den Selimga, Mann. Ey. Scheiße, Bruder. Ja, mach doch nicht diesen. Das ist ja anders schlimm. Das ist ja wirklich anders, Katastrophal. So, okay. Hauptsache, wir haben diese ganzen Wichser gefegt. Gut, die Tür will sich noch nicht öffnen. Ah, ich versteh schon. Ich versteh schon. Und zwar... Ich seh hier noch was Schönes. TMP. Geil. Und zwar, wenn ich jetzt hier hochgehe. Dann gibt's hier jetzt erstmal... Ja. Den hier. Und dann will ich jetzt hier wieder runterspringen. Okay, dort hinten. Äh, wuhu. Warte mal. Hier hoch. Siehst, der Junge. Ich weiß. Was ist das? Ach, die Explosion. Die brauch ich nicht mehr. Jawohl. Wunderbar. Wundervoll. Wirklich. Wunderwunderwundervoll. Absolut grandios. Los. Dann geht's erstmal hier rüber. Und jetzt hier hoch. Genau, jetzt hier hoch. Und jetzt hier auf entspannt rein. So. Machen wir das mal so. Äh. Geht fit. Munition. Und hier... Kommt mal das hier. Aber werde ich wie gesagt nicht brauchen. Ihr kleinen Wichser. Ja, kleinen Wichser. Wunderbar. Wunderbar. Mal schlucken sich unter Menschen wie ihr, Digga. Wir geben aktuell viel weniger Munition ab als davor. Fällt mir so auf. Hier ist nichts mehr. Dann ab geht's nach oben. Dann ab geht's nach oben. Wenn... Ich hab auch die letzte Folge, die ich gerade heute aufnehmen. Wir haben gerade 5.17 Uhr. Ich hab seit Folge 2... ...alle Folgen am Stück aufgenommen. Also... Jetzt nach dieser Folge sind 7 Stunden Videomaterial, die ich auch an einem Tag aufgenommen hab. Das ist auf jeden Fall für so ein Spiel anders vieles. Anders viel. Das sind schon zwei Call of Duty Kampagnen, die ich an einem Tag durchgespielt hab, Digga. Das ist zu mies. Ich schwöre. Okay. Ah. Geil. Geil, geil, geil. Hier nach oben. Ah. Ein Goldfuchs. So. Ist hier noch irgendwas? Ne. Hier noch was? Ne, hier ist nichts mehr, glaube ich. Okay, wohin jetzt? Es ist alles so eng hier. Ich glaub, von hier kommen wir. Ich glaub hier durch. Oder? Neben... Ah, cool. In Smaragd. Hä? Wollang? Warte, ich geh nochmal zurück. Ah, cool. Hier. Alter. Warte mal, Digga. Warte mal, Digga. Nice. Oh nein. Der ist runtergefallen, sehr gut. Der oben hat was zum Heilen, glaub ich. Oh nein. Oh, ich bin so behindert, dass er schon wehtut. Ich bin so dumm. So. Geil. Geil. Geil, Lumatico. Jawoll. Die MP macht jetzt anders Schaden, Alter. Anders Schaden macht die Waffe. So. Oh. Wunderbar. Oh nein. Oh Gott. Bats. Ja, geil. Jawoll, joh. Easy, läuft. Wunderbar. Na gut, Freunde. Na gut, haben wir hier alle abgeschlackt und abgestochen. So, hier rüber waren wir, glaub ich, noch gar nicht. Genau. Und jetzt hier runter. Großartig, siehste. Läuft doch wie am Schnürchen, Junge. Läuft doch wie am Schnürchen, die Wichsen. Warte mal. Von hier kommen wir doch. Oh, ich bin so ein Brotgesicht. Wir kommen doch von hier. Ich bin den ganzen Weg zurückgelaufen. Gut, ich bin dumm wie Brot, sorry. Alcatraz ist dumm wie ein Stück Käfe, Digga. Oh, ich bin von hier gekommen. Ich hab mich verlaufen. Hier. Jetzt hier rüber. Scheiße, Digga. Digga, hauptsache wir haben diese ganzen Wichse alle tot. Das ist das Wichtigste. Jetzt haben wir einfach Zeit, um uns zu überlegen, wohin wir können. Obwohl, ich hab ja eine Karte, ich Idiot, Digga. Guck mal, hier siehste. Hier hoch und dann durch die Tür. Ach, bin ich entspasst. Ganz recht. Aufmachen. Willkommen. 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 Was bekommst du? Hehehehe. Danke. Die Killer7. Sonst gar nichts. Wie kostet die? 77.700. Was bekommst du? Das geht ja nicht, weil ich alles habe. Was verkaufenst du? So, ich verkomme dir ganz ehrlich, Digga. Ah. Hehehehe. Ich verticke das jetzt einfach. Hehehehe. Hehehehe. Er guckt mich nicht, ob da irgendwas... Keine Ahnung. Hehehehe. 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 No good. No good. No good. No good. Got... Wunderbar. Wunderbar... Ach, da oben hat er, das übt mich aber nicht. So, öffnen wir den Hasen. Warte, ich kann... Ah ja, ich weiß, wo das... Oh Gott, so orange strengt, Digga, deine Wichser. Okay, die Tür ist zu. Na komm her, du, mit dir mal schon kurz ein Prozess. Alter, Bruder. What the hell, willst du mich verarschen? Zehnerpack Munition, Jage. Aber habt ihr das gesehen, Alter, was der genommen hat? Kranke Scheiße. Bah, iiih. Oh Gott. Die haben den verbrannt. Wie eklig. Wie widerlich, Digga. Widerliches Fuck. E-O-Uns. Ach, äh, Schlimmern. Chill, Haki kommt. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Das kenne ich noch, Digga. Ach, du Hurensohn. So. Na komm her, du Mistvieh. Drecksteil, Digga. Richtiges Pissteil. Entspann dich doch, Mensch. Digga, je länger die rumschritte, desto weniger habe ich Bock, sie zu retten. Öffnet mich, Leon. Leon. Ja, jaja. Äthema. Öffnet mich, Leon. Bads. Disschen an, ja. Hier. Ashley. Leon! Come on! Amateurs. Halt einfach da, Ashley. Ich komme für dich. Ich habe etwas rarer. Was kaufen Sie? Ist das... Danke. Was verkaufen Sie? Ist das alles? Hehehe. Geil. Mit Wester haben wir, glaube ich, weniger... Warte. Ah, ich weiß schon. Untersuchen. Ach, weißt du was, Digga? Was verkaufen Sie? Mit der... 30% weniger Schaden. Ist das alles? Hehehe. Das ist einiges. 30%. Auf den Schießstellen bin ich ehrlich scheißig. Interessieren mich diese Dinger überhaupt nicht. Okay. Was soll das jetzt bedeuten? Wann seid ihr Hurensöhne? Wann seid ihr Hurensöhne? Na komm. Na komm. Na komm. Wunderbar. Kann ich jetzt durch, oder? Na komm. Warte. Los, warte. Warte. Hahahaha. Halte. Na komm. Mann, das ist Unfälliger. Mach doch mal auf hier. Mach doch mal auf hier. Paz Wunderbar Gut, 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 sehr schön Ah, rotes Kraut, warte Dann baue ich mir jetzt erstmal Das zusammen Gut, gut, gut Oh, warte mal Oh, nee Oh, die Viecher sind so eklig Ich weiß, was jetzt kommt Oh, nein Vor denen habe ich so Angst gehabt, Digga Nicht diese Bastard-Zigeuner Oh, nee Die sind anders widerlich Was ist denn das? Ah, warte mal Jetzt verstehe ich's Jawohl, jetzt, ich hab's gecheckt, okay Easy eigentlich Was ist das? Louis Notiz 3 Die scheißen Kreaturen Wie der Erl-Gigant Und die Novitrados Sind nur Nebenprodukte Der grausam und Unmenschenexperimente Die an Wesen Vorgenommen wurden Die vorher Menschen waren Aber eine Art Unterschied Unterscheidet sich deutlich Von den anderen Die sind die Regenerados Sie haben Ein überlegender Metabolismus Dank dem verlorenen Körperteilen Blitzschnell Regenieren können Das habe ich noch nie gesehen Durch diese eigenen Art Sind die mit Ungewöhnlichen Waffen Unbesiegbar Aber jedes Lebewesen Kann getötet werden Anscheinend leben Plagers In ihrem Körper Ähnlich wie Egel Was? Egel Man kann sie mit bloßen Augen Nicht sehen Äh Sie lassen sich nur Mithilfe von Thermografie finden Um den Regenerierungsprozess Zu unterbinden Müssen die Plagers Gefunden Zerstört werden Soweit ich weiß Sind die meisten Generados Von mehreren Dieser Plagers Befall Okay, verstehe Schon verstanden Gut Tür ist blockiert Ist hier sonst noch Ah Schlüsselkarte Once Nach Wohoow Gottes Willen 5000 Ekeligkeiten, widerliches, fuck Ba, 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 oh nein, ich bin noch ein Hohenzoll Oh, ich hasse diese Viecher Alter, fast 100 Kugeln, man Genau Oh, nee Oh, no Hier rein Ach, das ist zugefroren Jetzt muss ich, glaube ich, irgendwas drücken, damit das entfroren wird Fünf Hier, glaube ich, oder? Okay Schlüsselkarte für den Müllbereich Das ist dieses Zielfernrohr Das hier Oh, nee Oh, nein, ich glaube, es wird dann Zeitlight für den Sniper Oh, Gott Jesus Christ Alter 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 Are you fucking serious, man? Jesus Das ist ja Hoffnung, Hoffnung, digga Oh, mein Gott, digga Warte mal. Scheiße, Mann Die Drecksviecher, Digga Holy shit, Mann Alter, boah Digga, wie hässlich kann man sein Jetzt ohne Spaß Wie hässlich kann man sein, Digga Beim nächsten Händler holen wir uns auf jeden Fall einen Sniper So Eieiei, Digga Ganz, ganz miese Jawohl Geil Da können die einfach nehmen Hä, was Wie Geh in die Jocke, damit wir die nicht nehmen können, oder was? Doch, das geht Aber was mit dem einen, warum geht das bei dem nicht? Wir machen mal so kurz den Prozess Plus Plus der 30er TMP Sehr schön Wunderbar, wunderbar Warte mal Oh, ich merke schon, mein Astro, Digga Verabschiedet sich langsam Ich muss das jetzt auf jeden Fall dann über Nacht laden lassen Das ist dann auf jeden Fall die letzte Folge, die wir aufnehmen, Freunde Die letzte Folge, die wir aufnehmen heute Sieben Folgen, Digga Sieben Spielstunden Sieben verfickte Stunden, Resident Evil 4 Sieben Stunden Hilf mir, Leon Wir kommen, Liebes Cool Chill Oh, ne Jo, jo Warte Machen wir es mal so Toll Nee Noch besser Bats Sie ist verschloss, ich brauche eine Schlüsselkarte Chill, dein Leben Wir holen uns quasi die Schlüsselkarte, Digga Oh, Gott Schwierig Ars, meine Freunde Komm So Was ist das mit Blinkanate Nichts mehr Nichts mehr scheiße So, TMP-Muni wird langsam knapp, meine Freunde Ey, was sag ich, wenn das dann knapp ist, schon leer So, wir müssen jetzt auf jeden Fall warten Bis wir neue Munition bekommen Bis dahin schießen wir einfach mit der Pistol Und mit der Shotgun, die sind ja genauso stark Von daher alles cool So, erstmal hier rein Äh Jo Okay Welche Instrumente, die ist das? Was soll das bedeuten? Nein Nicht noch ein Hurensohn Oh Gott Du lieber Himmel Bringt das was, wenn ich ihm blende? Ja, es bringt was Alter 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 Wie viel willst du noch schlucken, Arschloch Alter Alter Maschallah Digga Was bist denn du für den indiger Wichser? Digga Der hat fast 36 Shotgun Kugeln geschluckt Ich glaube, ich werde zum Juden, Digga Was zur Hölle? Und die Shotgun war aufs Maximum Das ist heftig Das ist wirklich, also Jesus Wirklich Jesus Okay Was ist das hier? Ist nichts Ja, ja, schon gut Ähm Hier ein rotes Kraut Nehmen wir mit 10er Pack Das werde ich aber laufen Nach dem Scheiß, was der genommen hat Da Okay, ist hier sonst noch was? Ne Alter Digga Der hat geschluckt wie ein König Digga Ohne Spaß Also das war wirklich alles andere als witzig Digga Habt ihr das gesehen? Das war wirklich, wirklich krank Ohne Scheiß Was der genommen hat, war anders heftig Willkommen 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 Warte mal Was ist das hier? Wir können nach oben gehen Was ist oben? Ah Warte Das gefällt mir schon viel besser Ach, ein Eingang ist auf der anderen Seite Ich wollte gerade sagen, Digga, hier, Dings Ähm Das ist Leon, Request Backup Ich wiederhole, Request Backup Scheiße Das ist Funksieger unterbrochen Ich kann mein Team nicht rufen, ja, das ist scheiße Ja, ist ja gut, das Trotsche Du wirst gleich geladen, mein Sohn Du wirst gleich geladen Ich hoffe nur, dass das, was du gleich nicht in der Geist aufgibt, Digga Das ist scheiße So, wir müssen aber Ashley retten, definitiv Unbedingt, unbedingt, unbedingt Ah, was ich sagen wollte Ich habe ja selbst gesagt Nach den nächsten Dings hole ich meine Sniper So, Schluss hier mit Dings Verkaufen Äh, ja, hallo Achso Ja, ich habe noch Dings gekauft, aber okay, gut Ähm Ja, ich weiß Kombinieren Geil Hätten wir auch schon früher machen können, aber, ey Besser, besser, ähm Zu spät als nie, ne Wie man so schon sagt Und außerdem spät uns das so viel Munition, Digga Wenn wir einfach Äh, Dings Ja, ist die scheiße Ja, wisst schon Oh, mein Nacken Was ist hier, uh Etwas Grünes Für die Grünen Wunderbar Wunderbar, wunderbar, wunderbar Ich glaube, die warten schon drauf Alter, ihr kleinen Wichser Ja, kleinen Mist Geboten Mann Oh, mein Aim Jawohl Oh, nicht noch einer Von diesen Oh Gott Ja, geil, Digga, geil Eigentlich mal was Vernünftiges hier, Alter So Endlich mal ein bisschen was an Mun hier, Junge Schon komplett aufgeschmissen gewesen So Sehr schön Ist ja noch was Nein Ashley Du Fotze Ich komme dich holen So Ashley Oh, nee Sie ist weg Och, nein Ah, noch nicht Leon Ist dir okay? Okay Komm schon, lass uns hier raus Ende von Kapitel 5 1. Nächstes Kapitel 5-2 Boah, Digga. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja gut, wir machen aber noch ein bisschen weiter. Wir sind erst bei 46 Minuten. So ein paar Minütchen werden wir auf jeden Fall noch spielen. Und dann werden wir die Folge beenden. Boah, Digga. Das war auch jetzt wirklich die letzte Folge, Digga. Die wir gespielt haben, weil ich bin noch wirklich sehr erschöpft. Und ich habe auch so viele Folgen hintereinander aufgenommen, dass das so wirklich nicht mehr normal ist. Aber was soll ich sagen, das Game bockt einfach Todes. Muss man so sagen, das Game bockt einfach Todes. Und eine Nachricht von Ada. Was schreibt die schöne Dame? Papierflieger, vielleicht hast du es schon gemerkt, aber du kannst durch den Müllschacht fliehen. Danke, Adi Medi. Oh, du wichser, Digga. Oh, du wichser, Digga. Oh, du wichser, Digga. Alter. Mann. Verpiss dich, Digga. Nütze, Digga. Du Hundeficker, Digga. Sehr schön. Jesus Christ. Erstmal weg hier. Aber das Gute ist, man merkt ja wirklich hier durch die Dings. Ey. Alter, der schlägt mich trotzdem, du Hund. Mann, ich klatsch den scheiß Pissschädel weg. Jesus. Wunderbar. Drücken. Oh, nee. Nicht schon noch mehr von diesen Zigeunern. Ey. Was fehlt euch ein, Digga? Ja, Stroin, spann dich. Alter, mein Astro macht schon wirklich Faxen, Digga. Das sagt auch schon, du Hund, Digga. Ich will jetzt endlich geladen werden, du Bastard. So. Na gut, dann würde ich sagen, rüber. Looks like this is it. Oh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way? Ah! Ah! You out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. Iiiiihiii, der Eklige. Und da ist bloß noch was schiefgelaufen, die surfen die einfach in den Möh runter. Na gut, was willst du sonst noch mit anfangen, Digga? Oh, nee. What is that thing? Schön wär's gewesen, wenn's so wäre. Das war ich nicht. Nice. Schön wär's gewesen. Ja vol. Was? Was, 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 warte mal. Okay. Ich sag nichts. 20.000, das ist einiges. Wir hätten einfach auch fliegen können, versteht ihr? Hätten wir den nicht umbringen wollen, aber... Ey, scheiß noch, Digga, weißt du, 20k extra? Das ist ja so ein Gefühl, das ist wieder, was wir für die Snipe ausgegeben haben. Oh Gott. Wunderbar. So. So. Ich sage, wir nehmen das hier mal. Okay, wenn wir die Dinger wegschießen, schluckt das Teil schon viel, viel weniger. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen, Digga. Komm, Herrschle, hilf mir mal. Wunderbar. Gutes Mädchen. Und hier durch, sehr schön. Und nicht schon wieder noch mehr von diesen Hunden fickern. Okay. Schießen wir den einfach mal in die Beine. Wunderbar. Die Pistole ist einfach zu heftig, Digga. Ich sage es jedes Mal. Die Pistole ist zu heftig. Sehr schön. Auf mit dem Scheiß. Oh Gott. Oh ne, ich weiß, was das... Da ist dein Tor. Achso, ich dachte schon, Dings, Mann. Warte. Warte. Du miski bot. Wie? Da, Waschling? Ja. Hässlichen Wichser. So, guck jetzt, was ich mache, Digga. Schön, der TNP war alles. Wegballern, Alter. Einfach mit der TNP alles. Ich weiß, Astro. Ich bin gleich schon fertig. Es kann nicht unendlich von den Wichsern kommen. Komm, da unten. Jetzt hier so. Na, komm. Jawohl, jawohl. Wunderbar. Komm, noch mal von diesen Wichsern. Achso. Wunderbar. Alter, das gibt's doch nicht, Digga. Warte, ich hab noch 30 Schuss. Das ist geil. Ich mein, besser als gar nichts. Gut, jetzt bin ich komplett leer. Doch nicht. Noch mal ein 30. Gehen wir das, Digga. Gehen wir das, Ashley. Okay, wunderbar. Ich hab's dir gesagt, da können nicht unendlich von den Wichsern kommen, Digga. Da kommt eine bestimmte Zahl. Die schalten aus. Und die Tür ist offen. Bravissimo. Von wo? Oh. Ver-Aimen. Ver-Aimen. Mit Ashley zu ihm ist so schwierig, Digga. Digga, jeder hat diese Pisse, Mann. Okay, gut. Das war's aber. Und weg, Digga. Ach, du Scheiße. Oh, nee. Ich hör's schon. Ja. Komm her. Eins. Zwei. Drei. Geil. Das ist cool. 5K. Warte mal. Was ist da drin? Was? Ne, 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 da ist noch was drin in dem Raum. Wie, hier ist nichts drin, wirst du mich verarschen? Öffnen, ja doch. Eine Brandgranate. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Nö. Doch hier, bestimmt, nee, doch nicht. Na gut, na gut, ich sag gar nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Wunderbar, wunderbar. 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 Das ist, glaube ich, auch nur ein leerer Raum. Ja gut, so leben wir auch wieder nicht. Aha. Die Rolllade klemmt, ist aber egal. Und hier kriegen wir nochmal 5 Shotgun, ohne geil. Gut, 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 läuft's ja gut. Und das hier. Achso, ich dachte, ich muss auch kriechen, na gut. So, dann machen wir es so, dass wir hier Parts, Parts machen. Zack, zack. Okay, Ash. Okay, beiden Seiten. Gut, mein Astro ist ausgegangen. Das heißt, warte mal. Oh, hier ist direkt ein Händler plus Dings. Ein Händler plus Bumps. Das freut mich. Das freut mich sehr. Gut. Ach, du Scheiße. Irgendwas, was wir noch gebrochen könnten? Nee. Was ich hier tunen können? Ja gut, hier die Dings, aber die müssen wir noch nicht tunen. Was zum Verticken? Auch nicht, das brauche ich noch. Na gut, dann würde ich sagen, wir speichern hier ab, weil mein Astro ist eh schon aus. Und wir haben das Zeitlimit auch schon überreicht. Wir sind eine Stunde, eine Minute, das bedeutet. Ich mache auf jeden Fall einen Cut. Wir sind in Kapitel 5-2, sieben Stunden, 55 Minuten. Das heißt, ich habe heute gut sieben Stunden gezockt. Das ist echt vieles. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da. Eher kein Beispiel, checkt die Mates und fickt die Oaten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch das Let's Be Reasons Db4. Haut rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.